So, wir wissen, dass es da drüben auch einen Protest gibt, einen Protest von Flüchtlingen und Asylbewerbern, die seit Tagen hier auf dem Brandenburger Tor hier auf Pariser Platz stehen und gegen unmenschliche Gesetze, gegen Asylbewerber hier in diesem Land protestieren. Wir wissen, dass der Grund auch ein Grund dafür, wieso Menschen ihr Länder verlassen müssen und sich auf solchen Situationen, unmenschlichen Situationen hier in diesem Land als Flüchtling einlassen müssen, Kriege sind und die wirtschaftlichen Situationen in den Ländern. Und heute ist Arash einer der Flüchtlinge, der seit Monaten auch in diesem Protest teilnehmt, auch hier, um mit uns zu reden. Er wird auf Persich reden und ich werde das versuchen, so genau wie möglich zu übersetzen. Ich will als ein Flüchtling, als ein Flüchtling, gegen die Gesetzeslage, gegen Flüchtlinge in Deutschland mit euch reden. Flüchtling ist ein Begriff, was die Gesetze der Mechlichen Länder, die starken uns gegeben haben. Wir wissen, dass diese Begriffe richtig ist oder falsch ist. Wir wissen, dass wir nicht in einem Flüchtling oder eine Flüchtlinge in einem Flüchtling sind. Ich weiß nicht, wie ich farsi berühreste. Ich weiß nicht, wie ich ich kenne kann. Ich weiß nicht, wie ich die kenne, die berühreste 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 erinnern. Obwohl ich Persisch spreche, will ich nicht als ein Iraner, der mit seinem Herkunftland identifiziert wird, noch als jemand, der hier als Flüchtling identifiziert wird, zu euch spreche. Also habe ich das Recht mich zu beschreiben. Die Beschreibung für mich wäre vertreibene. Einer der wichtigsten Gründen für uns vertreibene ist Krieg. Seit sieben Monaten sind Flüchtlinge hier auf der Straße und wir wissen, dass wir das Recht haben, diesen Protest zu führen. Aber wieso? Menschen in Deutschland gehen und steuern. Steuern. Die aus der Stärken, die ihre Wirtschaft und ihre Wirtschaft und die 4 Jahre und ihre Wirtschaft und ihre Zukunft zu entscheiden. Die Flüchtlinge, die dieses Land, die aus Flüchtlings identifizieren, sind hier, weil sie die Panzer sind, die auf den Fällen rumfahren. Ich bin hier, weil ich in Iran von Folter gerät, Made in Deutschland gefoltert wurde. Weil man die politischen Aktivisten in Iran mit Siemens abhör gerät, verfolgen kann. Also, ist unser Protest recht und wir glauben? So lange die NATO-Staaten verantwortlich für unsere Vertreibung und unsere Störung unserer Länder sind. Und darüber zu entscheiden ob wir hier bleiben dürfen oder nicht bleiben dürfen. Zum Schluss ohne Rückseite auf Copyrights, sage ich, ein großartiger Geist fliegt über die Welt und diese Geist, ist der Geist der Menschen ohne Grenzen und ohne Rasse.